Hallo, ich begrüße dich bei Learning Level Up. In diesem Lernvideo beschäftigen wir uns mit Aufgaben zur Prozentrechnung. Die Prozentrechnung ist ein Teilgebiet der Mathematik und hilft dabei, Anteile an etwas Ganzem zu berechnen und darzustellen. So bedeutet ein Prozent 1 dividiert durch 100. Die Begriffe Grundwert, Prozentsatz und Prozentwert liegen allen Formeln der Prozentrechnung zur Runde. Die Grundformel zeigt die Zusammenhänge zwischen den drei Größen. Sie lautet Grundwert dividiert durch 100% ist gleich Prozentwert dividiert durch Prozentsatz. Wenn du weitere Informationen zur Prozentrechnung benötigst, dann schau dir doch unser Einführungsvideo dazu an. Durch Umstellen der Formel kann der Grundwert, der Prozentwert oder der Prozentsatz berechnet werden. Wir wollen uns nun jeweils eine Aufgabe zur Berechnung des Grundwerts, des Prozentwerts und des Prozentsatzes anschauen. In der ersten Aufgabe soll der Prozentsatz bei einem Grundwert von 15.000 Euro und einem Prozentwert von 1.200 Euro berechnet werden. Um die Aufgabe zu lösen, wird die Grundformel nach p-Prozent umgestellt. Die Formel lautet dann, p-Prozent ist gleich Prozentwert dividiert durch Grundwert mal 100%. Im nächsten Schritt setzen wir unsere gegebenen Größen in die Formel ein. Und wir erhalten einen Prozentsatz von 8%. So lautet der Antwortsatz, der Prozentsatz bei einem Grundwert von 15.000 Euro und einem Prozentwert von 1.200 Euro beträgt 8%. Bei der zweiten Aufgabe soll der Grundwert bei einem Prozentsatz von 15% und einem Prozentwert von 600 Euro berechnet werden. Zur Lösung der Aufgabe wird die Grundformel nach g umgestellt. So wird der Grundwert berechnet, indem der Prozentwert durch den Prozentsatz dividiert und mit 100% multipliziert wird. Im nächsten Schritt setzen wir unsere gegebenen Größen in die Formel ein und erhalten einen Grundwert von 4.000 Euro. Der Antwortsatz dazu lautet, der Grundwert bei einem Prozentsatz von 15% und einem Prozentwert von 600 Euro beträgt 4.000 Euro. Kommen wir nun zur dritten Aufgabe. Hier soll der Prozentwert bei einem Grundwert von 21.750 Euro und einem Prozentsatz von 12,5% berechnet werden. Im ersten Schritt wird die Grundformel nach dem Prozentwert umgestellt. Die umgestellte Formel lautet dann, p ist gleich g mal p% dividiert durch 100%. Der Prozentwert wird also berechnet, indem Grundwert und Prozentwert multipliziert und durch 100% dividiert werden. Im nächsten Schritt setzen wir die gegebenen Größen in die Formel ein. Die Prozentzeichen werden gekürzt und wir erhalten nach der Berechnung einen Prozentwert von 2.718,75 Euro. Der Antwortsatz lautet, der Prozentwert bei einem Grundwert von 21.750 Euro und einem Prozentsatz von 12,5% beträgt 2.718,75 Euro. Das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. Die Prozentrechnung ist ein Teilgebiet der Mathematik und hilft Anteile an etwas Ganzem zu berechnen und darzustellen. Die Grundformel lautet, Grundwert dividiert durch 100% ist gleich Prozentwert dividiert durch Prozentsatz. Durch Umstellen der Formel können der Grundwert, der Prozentsatz und der Prozentwert berechnet werden. Wenn du Fragen hast zu diesem Thema, dann schreib uns. Und wenn du weitere Informationen benötigst, auch zu anderen Themen, dann schau doch in unsere Mathematik-Playlist. Unsere Lernvideos kannst du unter dem folgenden Link abrufen. Ebenfalls steht dir im Google Play Store unsere Learning Level Up App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dieses Lernvideo ist auch als Animation auf unserem System erhältlich. Eine Lizenz ist dafür erforderlich. Der Vorteil ist, du kannst den Lerninhalt an deine individuellen Wünsche anpassen. Also bis gleich bei Learning Level Up.